Ich glaube, da ist das Allerwichtigste, dein letzter Satz, nämlich, dass du das auch vollziehen musst dann anhand dieser Prinzipien. Also das ist ja, glaube ich, auch das Wichtigste, weil es hat mir zwischendurch auch ein nettes Zitat aus der historischen Philosophie eingefallen. Also Markus Aurelius hat auch irgendwie sowas gesagt wie, diskutieren nicht drüber, was quasi ein guter Mensch sein soll, sondern sei ein guter Mensch. Also genau dieser Punkt von, ich nehme mir nur diese Battles raus, die es wert sind, anhand meiner Prinzipien damit quasi zu kämpfen. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass das Ganze einen Rahmen hat, wie viel ich gewinnen und natürlich auch dann verlieren kann. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit drüber philosophieren, also schlecht gewähltes Wort als Beispiel, aber quasi nur drüber laut nachdenken, sondern ich muss diese zwei Konzepte in die Praxis umsetzen sozusagen, dass die ganze Führung, wenn man so will, tatsächlich erfolgreich wird. Also ich kann nicht nur dann irgendwie drüber reden, ja, das wäre toll, wenn wir irgendwie das Team mit einbeziehen und dann mache ich es nie, sondern gebe immer nur quasi Anweisungen und habe nicht den Blick, dass dieses Leadership-Kapital oder das Führungskapital steigen und fallen kann. Und gleichzeitig gehe ich in jede einzelne Schlacht hinein, weil man vielleicht zu emotional ist und sofort mit allen Sachen unreflektiert umgeht. Also ich finde das irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass tatsächlich, das muss in die Praxis, also das kann nicht eine theoretische Geschichte sein, die ich in mein Führungsverständnis einbaue, sondern das ist die Grundlage eines Führungsverständnisses, also zumindest von uns beiden würde ich sagen, das ist quasi ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Führungsverständnisses, dass es diese zwei Rahmenbedingungen gibt.